Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal und auch für die Zuschauer auf seinen Kanal. Mein Kanal heißt Esken Niko. Wir spielen heute Mario Party 10 auf der Wii. Und unser Spielmodus ist Boaza Party. Bei den Minispielen haben wir außerdem noch ein paar Challenges. Jetzt kommt die Teamvorstellung, weil wir immer ein zweier Team spielen. Danach geht es dann auch los mit dem Game Party. Viel Spaß mit dem folgenden Video. Jo, jetzt kriegen wir Mini-Game. Jetzt kommen wir auch schon mal zur ersten Challenge. Oh, ich hab's nicht gewünftig, ohne zu sehen. Dann kannst du einfach für uns drei ziehen. Alle müssen auf eine Challenge machen. Auf einem Bein. Du musst auf einem Bein spielen. Und dann noch das. Das geht. Ich hasse die bis hier drin. Warum mach ich hier mit? Ich bin weg. Für mich ist es immer schwierig. Vielleicht muss ich mit dem Team hoch hinschlagen. Also mal. Reggie, könnt ihr bannen? Anscheinend nicht. Ich hab's doch direkt gemobnt. Auf, auf. Nein, Gott, was Du wolltest direkt. Auf, auf. Geht doch nach links. Ich bin nach Wohnen gewesen. Darf ich so machen. Jo. Ja, nice. Ihr habt gewonnen. Ihr könnt jetzt auch, dass ich habe einen Wohnbegriff. Ja, Dankeschön. Ich hab's umgeknickt gelenden. Wenigso, wie ich hatte Kopf aus. Wenigso, wie die beiden müssen einen abgeschoben. Alle leben. Eins, nur sei Leben verloren. Ich kann sie danach nichts mehr machen. Danke. Einhändig. Bist du nicht kein Problem? Wird es bestimmt einfach. Die Teampartner müssen gehen. Das kann man. Es ist ein bisschen schade. Komm eine andere hinter dem Rücken. Ich muss das halten. Hier, ihr seht's. Ich halte das nur fest. Spieler 2. Spieler 2. Spieler 2. Scheiße. Ja. Scheiße. Ich verkack was komplett. Nein. Fortsetzen. Jo, ich verkack doch gerade. Junge, das machst du doch extra. Geh doch weg. Ja. Fünf Leben, ey. Ich leb aber noch. Ich hab nur noch drei. Ich werde, glaube ich, eine Kappe verlieren. Du bist schuld. Ja, woran? Erst Stäbchen. Blind. 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 Okay. Oh. Ja, das müssen wir jetzt mal gucken, ja. Äh. Nein, falls überhaupt unmöglich ist. Nichts ist unmöglich. Jo. Hier, ich hab mein eigenes Tuch dabei. Ja. Rutsch mir mal das Konto. Meine Tasche ist noch am Tücher. Holst du mal einen. Geht's? Okay, Teampartner können jetzt ansagen, wenn die wollen. Okay, bleibt einfach stehen, gut. Schauen wir mal zu Ende? Oder was? Ja. Ist zu Ende? Ja. Wie schnell ging das? Haben wir alle verloren? Fuck. Zwei Leben, ey. Nein. Jetzt hast du eine Vier. Nein! Nein! So knapp. What? Oh, shit. Ich werde euch einen holen. Mich. Ich bin alleine. Aber du hast auch nur noch einen Würfel. Oh, er bekommt mich nicht. Bei einer Eins hat er dich. Er darf nur über eine Neube. Sechs. Oh, alles klar. Er bekommt mich nicht. Der ist einen zurück. Nein, nee. Ja, stimmt. Genau auf das Feld. Jetzt muss ich gewinnen. Genau auf euer Feld. Mit einer Challenge noch. Scheiße! Noch mal Challenges neu aufhören. Challenge Master. Ja. Wir haben noch eine, ne? Mit den Masken noch. Ist noch übrig. Ja, die Masken-Challenge. Ja, die Masken-Challenge. Ich hol mal kurz meine Maske. Wir machen kurz einen Cut. Dadurch läufst du. Er kann das Teil anhalten. Du läufst die auf. Hier, deine Maske. Oh, die hast du schon. Du musst so schütteln, dadurch läufst du. Und wenn er anhält, dann wirst du nach vorne wohnen. Du darfst nicht die Teile wohnen. Das reicht schnell genug jetzt machen, damit du hinten nicht gegenkommst. Oh. 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 Yo. Jaaaah. Nein. Nein. Das ist meine letzte Sekunde. Nein. Du hast überlebt. Das gibt's ja. Wieso? Das ist meine letzte Sekunde. Jaaaah. Das ist power die mage.